Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Physiologie der Niere und zum Vortrag Aufbau und Funktion. Was erwartet uns im kommenden Vortrag? Wir werden uns mit den globalen Funktionen, welche die Niere erfüllt, vertraut machen. Wir werden uns mit dem groben anatomischen Aufbau und den einzelnen Bestandteilen der Niere beschäftigen. Danach werden wir uns näher beschäftigen mit dem Aufbau des Nierenkörperchens und näher eingehen auf die Gefäßarchitektur der Niere. Am Schluss werden wir noch einmal näher zu sprechen kommen auf das Tubulussystem der Niere. Beginnen wir also mit den Funktionen der Niere. Was sind denn die Aufgaben, welche die Niere im menschlichen Körper erfüllt? Die Niere liegt im Retroperitonealraum und ist paarig angelegt. Sie ist essentiell für den Wasser- und Elektrolythaushalt im menschlichen Körper. Sie reguliert die vermehrte oder verminderte Ausscheidung von Flüssigkeit und die vermehrte oder verminderte Ausscheidung einzelner Elektrolyte, sodass die Hämostase im Körper erhalten bleibt. Darüber hinaus ist die Niere extrem wichtig bei der Ausscheidung von Endprodukten des Stoffwechsels. Hier sei zum einen der Harnstoff genannt oder die Harnsäure, welche wichtig sind, um Stickstoff zu eliminieren. Und zum anderen ist die Niere äußerst wichtig bei der Elimination von Körperfremdstoffen, also von Medikamenten beispielsweise, welche im Körper mehr oder weniger metabolisiert werden und häufig renal über den Harn ausgeschieden werden müssen. Zusätzlich hat die Niere eine Kernfunktion im Säure-Base-Haushalt, denn über die Niere können vermehrt oder vermindert Säuren bzw. Basen ausgeschieden werden. Damit kann die Niere aktiv in den Säure-Base-Haushalt einerseits eingreifen und auf eine Azidose oder Alkalose im anderen Fall reagieren. Daneben ist die Niere auch noch nicht nur eben Filtrationsorgan, sondern auch noch ein endokrines Organ. Endokrin bedeutet in diesem Fall ein hormonbildendes Organ, denn in der Niere werden einmalseits das Erythopoethin, EPO, und zum anderen das Calcitriol, das 1,25-D-Hydroxy-Vitamin-D3 gebildet. Beide haben systemische Auswirkungen. Schauen wir uns also nun anatomisch den Aufbau der Niere etwas näher an. In der Abbildung sehen wir sie schematisch dargestellt. Die Niere gliedert sich in eine äußere Rinde, hier im hellen Grauton, und in ein inneres, innen gelegenes Nierenmark. Das Mark wiederum können wir einteilen in ein inneres Mark und in ein äußeres Mark. Dieses nennt man auch Innenzone bzw. Außenzone. Die Außenzone wiederum können wir unterteilen in einen innen gelegenen Innenstreifen und in einen außengelegenen Außenstreifen. Im Nierenmark findet vornehmlich Aneroberstoffwechsel statt und in der Nierenrinde im Gegensatz dazu vornehmlich Aeroberstoffwechsel. Sich an das Nierenmark nach innen hin anschließend haben wir den sogenannten Sinus renalis. Dieser Sinus renalis liegt genau am Nierenhilus. Und er beinhaltet einerseits das Nierenbecken, das Pelvis renalis oder Pylon genannt, und dieses Nierenbecken verengt sich dann nachher zum Ureter, welcher nachher den Harn zur Harnblase transportiert. Zum anderen ist eben dieser Nierenhilus und Sinus renalis die Eintrittsstelle für die Arteria renalis, welche die Niere mit Blut versorgt, und die Austrittsstelle der Vena renalis zum anderen, welche das venöse Blut aus der Niere abführt. Die Niere ist insgesamt sehr stark durchblutet. Der renale Blutfluss beträgt zwischen einem und 1,2 Liter pro Minute. Dies macht etwa 20 bis 25 Prozent des Herzzeitvolumens aus, also ein erheblicher Teil des Herzzeitvolumens wird durch die Nieren gepumpt. Wichtig zu differenzieren vom Blutfluss ist der renale Plasmafluss. Der ergibt sich aus dem Blutfluss minus den Hämatokrit, also minus die zellulären Bestandteile des Blutes, von etwa 0,4 und damit kommen wir auf einen renalen Plasmafluss von etwa 600 Milliliter pro Minute. Die kleinste Baueinheit der Niere ist das sogenannte Nephron. Hier sind zwei Nephrone exemplarisch in dieser Abbildung dargestellt. Das Nephron wiederum gliedert sich in ein Nierenkörperchen. Das sind die kleinen Kreise in der Abbildung und das Nierenkörperchen ist hier auch vergrößert in dem Rechteck dargestellt. Dieses besteht zum einen aus einem zuführenden Gefäß, welches am Kapillar, am Gefäßpol in das Nierenkörperchen eintritt und dort ein Kapillarknäuel bildet. Nachdem das Blut dieses Kapillarknäuel durchlaufen hat, verlässt es durch ein abführendes Gefäß, durch ein Vaseferens am Gefäßpol eben das Nierenkörperchen. Dieses Gefäßknäuel nennt man auf Englisch auch Tuft oder ursprünglich auch Glomerulus. Glomerulus war ursprünglich eben die Bezeichnung nur für dieses Gefäßknäuel, ist aber mittlerweile auch eine Bezeichnung geworden für das Nierenkörperchen, also für das gesamte Nierenkörperchen. Denn dieses besteht nicht nur aus dem Gefäßknäuel, sondern auch noch aus der sogenannten Baumenschenkapsel. Diese Baumenschenkapsel kann man sich vorstellen wie eine Art Luftballon, in das sich das Gefäßknäuel eingestülpt hat. Also wie eine Art Stein, der sich in einen Luftballon hineindrückt. Dadurch ergibt sich zum einen eine Membran der Baumenschenkapsel nach außen hin, eine Abgrenzung nach außen zum Interstitium hin und zum anderen eine Membran, eine Abgrenzung zum Gefäßknäuel selber hin. Eine Art doppelte Membran. Zwischen diesen Membranen befindet sich der Baumensche Kapselraum und am Harnpol geht dieser Baumensche Kapselraum über in das Tubulussystem der Niere. Der eigentliche Filtrationsprozess findet nun statt von diesem Gefäßknäuel in dem Baumenschenkapselraum und von dort in das Tubulussystem. Das Tubulussystem ist der zweite große Teil des Nephrons. Und man kann sich dieses Tubulussystem eigentlich vorstellen als einen ganz lang gezogenen Schlauch, welcher durch Nierenrinde und Nierenmark in einer ganz bestimmten Anatomie läuft. Und zwar bildet er zunächst eine Art Schleife ins Nierenmark, die sogenannte hähnliche Schleife, steigt wieder in die Nierenrinde auf und mündet dort in ein sogenanntes Sammelrohr, in das mehrere verschiedene Nephrone mit ihren Tubulussystem münden. Und diese Sammelrohre verlaufen zum Nierenmark und geben dann den Hahn in den Ureter, ins Nierenbecken und dann später in den Ureter ab, sodass er ausgeschieden werden kann. Im Tubulussystem, das ist eben nicht ganz so einfach wie ein Schlauch, finden komplexe Resorptions- und Sekretionsmechanismen statt. Das heißt, das ursprüngliche Filtrat wird stark verändert. Es gibt verschiedene Arten von Nephronen. Es gibt oberflächliche und tiefe Nephrone. Oberflächliche Nephrone haben ihr Nierenkörperchen subkapsulär und ihre hähnliche Schleife geht kaum in das Nierenmark hinein und geht nur bis zur Rindenmarkgrenze oder nur bis ins äußere Mark. Die tiefen Nephrone hingegen besitzen hähnliche Schleifen, die bis ganz nach unten zur Papille, also bis ganz nach unten hin ins Nierenmark verlaufen. Und ihre Nierenkörperchen sitzen auch an der Nierenmarkgrenze, also etwas tiefer als die der oberflächlichen. Deswegen nennt man sie auch juxtameduläre Nierenkörperchen. Von den 600 Millilitern an Plasmafluss, die pro Minute durch die Niere fließen, werden etwa 125 Milliliter filtriert. Den Anteil des Filtrats an dem renalen Plasmafluss bezeichnet man auch als Filtrationsfraktion und die beträgt etwa 20 Prozent. Rechnen wir das nun auf einen gesamten Tag hoch, so filtriert die Niere 180 Liter Primärhahn pro Tag. Wir scheiden aber ja nicht 180 Liter an Urin am Tag aus, sondern im Turbulussystem werden 99 Prozent dieser 180 Liter wieder rückresorbiert, sodass nur in etwa ein Milliliter pro Minute an Harn gebildet wird. Wenn man dies wieder auf einen Tag hochrechnet, so kommen wir auf eine Harnausscheidung von 1,5 bis 2 Liter pro Tag. Werfen wir nun einen näheren Blick auf die Gefäßarchitektur der Niere. Wie wir bereits festgestellt haben, tritt am Nierenhilus, die Arteria renalis in die Niere ein. Dort spaltet sie sich auf in Arteria interlobares, sogenannte Lappenarterien. Hiervon abgehend haben wir kleinere Arteriae aquate, also bogenförmige Arterien, welche an der Grenze zwischen Rinde und Mark verlaufen. Hier sehen wir sie an der Grenze zwischen Außenstreifen und Rinde. Abgehend von diesen Arteria aquate finden wir Arteria interlobularis, also Läppchenarterien, welche wiederum übergehen in die Vasa afferentia, also die zuführenden Gefäße. Diese zuführenden Gefäße heißen so, weil sie zum Glomerulus selber verlaufen. Und im Glomerulus entsteht aus diesen zuführenden Gefäßen das Kapillarknäuel. Nach dem Kapillarknäuel haben wir am Gefäßpol der Nierenkörperchen das abführende Gefäß, das Vasa afferentia. Nun ist es so, dass bei den subkapsulären Nephronen sich an dieses Vasa afferentia ein Kapillarplexus in der Nierenrinde anschließt, bevor das Blut in die venösen, in die größeren Venen mündet. Bei den juxtamedulären Nephronen wiederum ist es so, dass aus den Vasa afferentia, aus den abführenden Gefäßen, die sogenannten Vasa rector entstehen. Diese Vasa rector sind gerade Gefäße, welche schnurstracks in das Nierenmark absteigen. Von dort steigen sie dann, machen sie dann eine Art Bogen und steigen als venöse Gefäße wieder aus dem Nierenmark auf und münden in die venösen Gefäße, wie beispielsweise die Vene interlobularis oder Vene aquate, welche sich dann schlussendlich zur Vena renalis vereinigen und die Niere verlassen. Diese Vasa rector verlaufen genau parallel und in enger räumlicher Beziehung. Dies wird nachher wichtig, wenn wir über die Harnkonzentrierung der Niere sprechen. Insgesamt besitzt die Niere einen sehr hohen Sauerstoffverbrauch von etwa 18 Milliliter pro Minute. Demgegenüber steht die besonders hohe Durchblutung. Allerdings ist die Durchblutung der Niere nicht nur so hoch, weil sie so einen hohen Sauerstoffverbrauch hat, sondern damit sie die Filtrationsfunktion erfüllen kann. Das heißt, die venöse Sättigung, die venöse Sauerstoffsättigung in der Niere, in der Vena renalis, ist mit 90 Prozent immer noch höher als im restlichen Körper. Werfen wir nun zuletzt noch einen näheren Blick auf das Tubulussystem. Das sehen wir in der rechten Abbildung. Starten wir beim Glomerulus. Nach dem Glomerulus verlässt das Primärfiltrat die Niere in den sogenannten proximalen Tubulus. Dieser proximale Tubulus teilt sich auf in einen gewundenen Teil, in eine Pars Convoluta und in einen geraden Teil, eine sogenannte Pars Recta. Die Pars Convoluta findet sich noch in der Nierenrinde und die Pars Recta steigt Richtung Nierenmark hinab. Daran anschließend finden wir in der sogenannten hähnlichen Schleife den dünnen, absteigenden Schenkel der hähnlichen Schleife. Dieser ist hier in Hellgrau dargestellt. Bei den oberflächlichen Nephronen geht diese dünne, absteigende hähnliche Schleife nun über in den distalen Tubulus. Dieser gliedert sich wieder in eine Pars Recta und in eine Pars Convoluta, in einen gewundenen Teil. Daran anschließend finden wir einen sogenannten Verbindungstubulus, bevor dieser in das Sammelrohr mündet. Das Sammelrohr steigt dann wiederum in das Nierenmark hinab und entlässt den Harn im Sinus Renalis in das Nierenbecken. Mehrere Nephrone, ungefähr zehn, münden in ein Sammelrohr. Bei den tiefen Nephronen sieht die Architektur nun ein kleines bisschen anders aus. Hier haben wir nicht nur einen dünnen, absteigenden Teil der hähnlichen Schleife, sondern auch einen dünnen, aufsteigenden Teil der hähnlichen Schleife, bevor dieser dünne Abschnitt des Tubulus-Systems, der hier auch wieder in Hellgrau dargestellt ist, übergeht in den distalen Tubulus mit seiner Pars Recta. Eine weitere anatomische Besonderheit des distalen Tubulus ist, dass seine Pars Recta an ihrem Ende noch einmal Kontakt aufnimmt mit genau dem Nierenkörperchen, aus dem es das Ultrafiltrat erhält. Und hier bildet es eine spezielle Struktur, die sogenannte Makula Densa, die nachher wichtig wird, wenn wir über die Regulation der Filtration und der Durchblutung der Niere sprechen. Was haben wir also gelernt? Wir haben gelernt, dass die Niere wichtige Funktionen erfüllt hinsichtlich des Wasser- und des Elektrolythaushalts. Sie ist wichtig dafür, dass die Homostase verschiedener Elektrolyte und des globalen Wasservolumens im Körper aufrechterhalten werden kann. Und dies macht sie, indem sie eben vermehrte Elektrolyte oder Wasser ausscheidet. Zudem ist sie wichtig zur Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten wie Harnstoff oder Harnsäure. Oder auch zur Ausscheidung von Fremdstoffen wie metabolisierten Medikamenten, die über den Harn ausgeschieden werden. Sie spielt eine Rolle bei der Regulation des Säure-Base-Haushalts und hat bestimmte endokrine Funktionen, weil sie auch gleichzeitig ein hormonbildendes Organ ist. Wir haben gesehen, dass sich die Niere in eine äußere gut durchblutete Rinde und ein weniger gut durchblutetes inneres Mark aufteilen lässt. Wir haben uns beschäftigt mit dem Aufbau eines Nephrons in die Bowmansche Kapsel, Gefäßknäuel und näher beschäftigt mit dem Aufbau des Tumulus-Systems. Darüber hinaus haben wir die Gefäßarchitektur der Niere kennengelernt und hierbei die Besonderheiten gesehen, dass die Niere vor dem Gefäßknäuel das Vars-Aferenz besitzt, nach dem Gefäßknäuel das Vars-Eferenz und gerade ins Nierenmark absteigende Vasa-Recta. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Vortrag gefallen und ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Zuhören